Ich bin Laura, 19 Jahre alt und mache seit September 2019 das duale Studium Bachelor of Laws bei der Stadt Mörs und am Ende bin ich Stadtinspektorin. Das duale Studium dauert insgesamt drei Jahre und ist eine Mischung aus Studium an einer Hochschule und Arbeit in der Stadtverwaltung Mörs. Momentan bin ich im Personalbereich eingesetzt und vorher war ich im Finanzbereich beim Beteiligungsmanagement und werde auch noch viele weitere Bereiche kennenlernen. Ich wollte mich nach der Schule nicht so wirklich zwischen den Bereichen Jura, Wirtschaft und Management entscheiden und habe dann das Studium in der Stadtverwaltung gefunden und letztlich haben mich die Vielfalt der Stadtverwaltung und vor allem auch die Möglichkeit, einfach richtig früh Verantwortung zu übernehmen, davon überzeugt. Ihr solltet definitiv offen sein und Lust auf Kontakt zu vielen verschiedenen Menschen haben. Außerdem solltet ihr Spaß daran haben, im Team zusammenzuarbeiten und auch einfach flexibel sein, um die vielen verschiedenen Bereiche kennenzulernen. Ihr müsst auf jeden Fall wissen, dass eine Ausbildung oder ein Beruf in der Stadtverwaltung nicht langweilig oder uncool ist, also lasst euch auf keinen Fall durch die typischen Vorurteile von einer Bewerbung abhalten. Wenn ihr einfach genügend Motivation mitbringt, habt ihr auf jeden Fall viele und gute Chancen.